Hallo und herzlich Willkommen zu Achtelfinale. Der ultimative Showdown. 16 Dinge, Personen, Sachen treten gegeneinander an. Erlebt mit, wie in diesem ultimativen Showdown es nur einen Sieg ergeben kann. Und nun geht es los. Gefällt euch dieses Format? Dann schreibt uns. Wir sind schon gespannt, was ihr davon denkt. Und nun, viel Spaß. Achtelfinale. Und wir sind dabei mit der zweiten Runde der Figuren aus Civilization 1, also Staatsoberhäupter, in großen Anführungszeichen, die in diesem Spiel wählbar waren. Wenn ihr jetzt die vorherige Folge nicht gehört habt, hört die vielleicht zuerst, denn da verliere ich noch das ein oder andere Wort zu den Figuren, über die wir jetzt reden. Ich erkläre dir jetzt nicht nochmal damit. Leute, die es jetzt zum Beispiel auch en bloc hören, nicht sagen, das habe ich doch alle schon gehört. Aber ich freue mich darauf, was Dominik und Jürgen zu sagen haben, wer von den beiden hier gewinnen muss. Es treten an Alexander der Große und Friedrich der Zweite in folgender Kategorie. Wer von den beiden wäre der bessere Gast bei Ditsche? Dominik, du darfst beginnen. Das war Alexander der Große und wer war der Zweite? Friedrich der Zweite. Also, ich argumentiere jetzt für Friedrich den Zweiten, weil der einfach diesen gewissen Stoizismus hat, den Alexander der Große nicht hat. Und Alexander der Große ja bekannt ist, dass er wenig Geduld hatte. Und ich glaube, dass das bei Ditsche wichtig ist, weil wir alle wissen, tickt da die Uhr noch etwas wenig langsamer. Und deswegen denke ich, dass Friedrich der Zweite definitiv derjenige ist, der sich nicht im Zweifelsfall mit dem gordischen Knoten nicht lange beschäftigt und ihn einfach durchschlägt. Es ist schön, dass du mir jetzt eigentlich genau das Argument lieferst, nachdem ich jetzt in meinem Kopf verrückt gesucht habe, wenn du gerettet hast. Aber du hast eigentlich die Antwort schon gegeben. Also, du brauchst natürlich jemanden, der nicht so ist wie Ditsche, um einen gewissen Kontrast in der Sendung zu haben. Also, wenn du dir einen Gast einlädst, der genau so ist wie du, dann kommt dabei ein sehr langweiliges Format heraus. Wenn du dir allerdings jemanden holst mit einem maximalen Kontrast, dann entsteht Spannung, dann entsteht Magie und dann entsteht gute Fernsehunterhaltung. Magie? Hm, mir gefallen beide Argumente sehr gut. Hm, ich vermisse nur etwas das Argument, das, also jetzt hättest du gut dein Pom Fritz-Argument bringen können. Da Dominik mir den aber weggeschnappt hat, wollte ich das jetzt nicht mit anbringen. Hm, ich muss gestehen, ich finde dein Argument für Alexander den Großen zwar stark, aber es baut mir einfach zu sehr auf die Argumentation von Dominik auf. Von daher lasse ich hier Friedrich II. ganz, ganz parteiisch gewinnen. Was ein gutes Argument natürlich macht, ist das Argument des anderen aufzugreifen und das zu entkräften. Aber Philipp, das lernst du auch noch. Ja, gucken wir mal. Gucken wir auch, wer gewinnt bei folgender Begegnung. Und da darfst du jetzt wieder beginnen, Jürgen. Genghis Khan gegen Mao Zedong in folgender Kategorie. Wer von beiden würdet ihr eher eure Steuererklärung machen lassen? Hm. Also ich glaube, dass Genghis Khan sehr unfähig wäre, eine Steuererklärung zu machen, weil alles, was der kann, ist auf dem Rücken von Pferden zu reiten und Hey-Reiter-Hoh-Reiter zu schreien und das wäre dann eine ziemliche Kritzelei auf einer Steuererklärung. Auf der anderen Seite schafft es meine Steuerberaterin auch nicht, meine Steuererklärung zu machen, die mir heute eine E-Mail geschrieben hat, dass hier folgende Unterlagen fehlen und dann war es eine dreiseitige Liste mit möglichen Unterlagen, die sie gerne hätte. Und einen 5-Jahr-Plan. Die hier im März, die hier im März zukommen haben lassen und ich dachte, die Abrechnung wäre jetzt fertig. Aber jetzt weiß ich gar nicht, was ich jetzt eigentlich, wo ich jetzt hin argumentieren wollte. Aber ich wollte diesen Frust einfach mal, einfach mal rauslassen. Danke. Danke, dass ihr mir zuhört. Dominik? Was auch geil gewesen, wäre, wenn sie gesagt hätte, dass ich habe die Zahlen durchgerechnet, es ist zu wenig, das kann nicht sein, sie müssen sich. So eine klassische Comedy, so dass sie immer wieder so, nein, das ist wirklich zu wenig, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Doch, es ist so, hört sie jetzt auf. Ich habe glaube ich jetzt fünf in Folge verloren, das ist glaube ich nicht so schlimm, wenn ich aufgebe. Ich habe echt keine Ahnung, was sie da sind. Bisher habe ich nur ein Argument gegen Jürgens Steuer-Fachfrau gehört. Komm, Jürgen, wir einigen uns auf eine Sache, okay? Ich würde sagen, beide Mao Zedong, weil Mao Zedong einfach jemand war, der auch tatsächlich lesen und schreiben konnte. Wichtig ist mir nur, dass nicht die Frau weiterkommt. Okay, das lasse ich hiermit zählen. Es treten gegeneinander an. Stalin gegen Elisabeth, die erste. In folgender Kategorie. Wer von beiden würde wohl besser undercover in der Moskauer Mafia ermitteln? Naja, also das hast du dir jetzt so hingewürfelt. Ich glaube, das müssen wir nicht ausdiskutieren. Oder Dominik. Dominik, möchtest du den Punkt verwandeln? Naja, also Elisabeth, die erste offensichtlich, weil Stalin einfach bekannt ist wie ein bunter Hund. Andererseits, wenn er sich seinen Schnauzer abrasieren würde. Vielleicht muss ich da doch nochmal drüber nachdenken. Naja, so eine klassische Superman-Situation, wo er einfach seine Brille absetzt. Ja, ja, genau. Oder so. Und in dem Fall vielleicht eine Brille aufsetzt. Genau, die Panzerknacker-Verkleidung, die Augenbinde. Also ich sage Elisabeth. Ich auch. Gut, damit kommt Elisabeth die Erste. Eine Runde weiter. Und es treten an. Außerdem, random side fact, Elisabeth ist die einzige von all diesen Personen, die wir genannt haben in diesem Spiel, von der ich eine Biografie gelesen habe. Fällt mir gerade auf. Echt? Wie kommt's? Och, ich habe irgendwann mal die Biografie von Heinrich dem Achten in die Finger bekommen und das war ein wirklich sehr spannender Mensch. Und dann habe ich mal so die Personen drumherum teilweise noch. Also seine erste Frau und seine Tochter. Und ich hatte mal so eine Phase. Ich hatte mal so eine Phase. Das klingt unglaublich intellektuell, was du gerade sagst. Ja, ja, fällt mir gerade auch auf und ich frage mich, wie wir aus dem Eindruck jetzt wieder rauskommen. Durch die nächste Runde. Es ist ja nicht so, dass ich mich für Geschichte interessieren würde. Aber vielleicht interessiert dich der Schlagabtausch zwischen Gandhi und Montezuma in folgende Kategorie. Von wem der beiden würdet ihr euch lieber einen Pulli stricken lassen? Dominik. Also Montezuma, ganz im Ernst. Also jetzt mal ohne Witz. Aber wie geil wäre das eigentlich, wenn du hier Montezuma aus der damaligen Zeit hättest, der hier, also im Gegensatz zu meiner vorherigen Argumentation, Zehntausende, Hunderttausende von Leben auf dem Gewissen hat und du hast dann einen gestrickten Pullover von ihm. Das wäre ein Killer. Außerdem hätte der Zugriff auf Alpakas. Aber ich möchte dir jetzt nicht schon wieder den Punkt dir schenken. Tatsächlich habe ich Gandhi im Civilization-Kontext als wahnsinnig aggressiv in Erinnerung. Und ich könnte mir wunderschön ein YouTube-Format vorstellen, wo ein völlig aggressiver Gandhi fluchend mit Tourette-Syndrom vielleicht sogar Pullis strickt. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und dann hättest du einen Pulli mit Geschichte, ganz egal wie er aussieht. Das wäre fantastischer Merch. Im Übrigen, diese Story, die ich mal erzählt habe, dass Gandhi einen so niedrigen Aggressionswert in Civilization hat, also jetzt im Spiel, dass wenn der etwas singt, ganz hoch wird wieder, stimmt gar nicht. War eine erfundene Story. Also nicht von mir, sondern so eine Art urbane Legende. Stimmt gar nicht. Und der hat auch einen super niedrigen Aggressionslevel, aber das Spiel arbeitet nicht mit Unsigned Integer an der Stelle, für alle Nerds unter uns. Also das funktioniert gar nicht. Aber genau so funktioniert der Unendlich Geld Hack bei MadTV. Das stimmt. Bei mir ist das Spiel immer abgestürzt. Ja, das ist ab und zu mal abgestürzt, aber du konntest es einfach speichern und neu laden. Immer so nach ein paar Mal Schulden machen. Und wenn du so viele Schulden gemacht hast, dass es nicht mehr in den Integer gepasst hat, dann ist es übergelaufen ins Positiv. Genau, genau. Da war es tatsächlich so. Aber ich finde hier die Argumentation für Montezuma wunderbar, denn stell dir einfach vor, du hättest so einen Pulli, wo einfach Montezuma draufsteht und Leute fragen dich so, von welcher Marke ist das? Nee, ist nicht von der Marke, das ist von dem Montezuma. Und ja, gerade als ja doch für gewisse Expansion am Anfang seines wirkens bekannten Kriegsherrn, von dem den Pulli zu haben, das wäre schön absurd. Das gefällt mir. Eine schöne Idee. Es ist so geil, wie der Philipp einfach immer mit seiner eigenen Argumentation entscheidet. Dominik, das ist völlig irrelevant, was wir hier zum Besten geben. Das werden wir jetzt in der nächsten Runde einfach mal testen, okay? Ja, sehr gut. Denn hier treten an Friedrich der Zweite, denn wir sind jetzt, haben nur noch vier Personen in der Runde. Friedrich der Zweite gegen Mao Zittung in folgender Kategorie. Die Kategorie lautet, wer von beiden wäre der bessere Downhill-Fahrer? Friedrich der Zweite oder Mao Zittung? Philipp, was glaubst du denn? Du beginnst. Ich möchte gerne dir die Frage stellen. Philipp, was glaubst du denn? Das tut nichts zur Sache an der Stelle. Doch, doch, doch. Einfach eins zu eins das sagen, wo das was er sagt, Ja, du hast gewonnen. Ich will Dominik gar nicht hören. Also, wenn ich mir jetzt beide mal vor meinem inneren Auge Mao Zittung hier so, ja, mit so einem mit so dem typischen chinesischen Kurzhaarschnitt, so ein bisschen so Topffrisur-mäßig und wenn ich mir den alten Fritz mit seiner Pickelhaube da daneben daneben setze, würde ich sagen, hey, der eine hat immerhin schon mal einen Helm auf, von daher würde ich dem das Downhill fahren. Er wird es eher überleben zumindest. Konnte man mir folgen? Ja, die Antwort ist Fritz. Okay, okay. Was? Ich dachte, Mao wäre die Antwort. Nein. Ich dachte auch jetzt erst, du willst mit dem Haarschnitt irgendwie auf so was Albumes raus. Also, dann würde ich tatsächlich argumentieren, dass der Mao, der hat ja so einen Haarschnitt, der quasi nicht viel, jetzt ist mein Headset ausgefallen, also ich rede einfach mal weiter, der quasi nicht viel Luftwiderstand hat und ich glaube, dass das tatsächlich extreme aerodynamische Vorteile bieten würde und deswegen denke ich, dass das quasi an der Stelle zum Sieg verhelfen würde. Da fand ich jetzt die Argumentation für Friedrich den Zweiten deutlich schlüssiger, auch weil jetzt einfach nur das Ganze nochmal in anders verpackt war. Von daher kommt Friedrich weiter ein Zweiter. Ich muss echt irgendwie da mehr aufpassen und so. Komisch. Aber merkst du was, Dominik hört doch noch zu, wo sein Headset angeblich ausgefallen ist. Ich habe gerade Airquotes gemacht. Es hat jetzt gerade zum zweiten Mal gewarnt, beim dritten Mal ist es glaube ich wirklich weg. Gut, wir warnen ja auch nochmal beim Kampf von Elisabeth der Zweiten gegen Montezuma in der Kategorie Wer von beiden käme wohl in Deutschland als erstes vor ein Gericht und warum? Dominik, du darfst anfangen. Dominik, darf ich zuerst? Ja, bitte. Also es wäre Elisabeth, weil Philipp, du hast hier gerade von Elisabeth der Ersten zu Elisabeth der Zweiten gewechselt. Oh, Entschuldigung, ich wollte natürlich Elisabeth die Erste. für einen Fall von Identitätsdiebstahl vor Gericht. Das sind wir sehr deutsch, das müssen wir genau nehmen. Danke. Sehr schön. Wer war die zweite Person? Montezuma. Ja. Ich glaube Montezuma würde tatsächlich als erstes festgenommen werden, weil ich glaube nicht, dass Montezuma sich an die Höflichkeitsregeln der heutigen Gesellschaft halten würde und gerade der Umgang mit Frauen, denke ich, dass er dann eher sagt, du, Weib, komm her und das wird nicht lang gut gehen. Verstehe. Finde ich ein schlüssigeres Argument, als auf meine menschlichen Fehler hingewiesen zu werden. Von daher schicke ich Montezuma eine Runde weiter. Das heißt, wir haben jetzt... Dominik, da hast du deinen Beweis übrigens. Das heißt, wir haben jetzt noch ein kleines Finale zwischen Mao Zittung und Elisabeth der Ersten in folgender Kategorie. Wer von beiden hätte wohl die besser laufende Herrenboutique außerhalb von Wuppertal? Oh, schöne Loriot-Anspielung. Mao Zittung oder Elisabeth die Erste? Dominik, du darfst argumentieren. Das ist jetzt wirklich schwer, weil ich kann mir beide wirklich exzellent vorstellen. Ich glaube, ich glaube tatsächlich Mao, das ist nämlich was, was niemand, also ich meine, Mao war halt einfach sehr, sehr charismatisch und ich glaube, dass dieses Einfühlungsvermögen etwas ist, ist A, ihm wahrscheinlich dann später abhandengekommen, aber in der Herrenboutique halt wahnsinnig, wahnsinnig wichtig ist, gerade wenn du halt dann irgendwie absteckst und halt irgendwie maßgeschneiderte Anzüge halt auch wirklich anfertigst und ich glaube, da ist es wichtig, einfach sensibel zu sein für die Bedürfnisse der Kunden da zu sein und halt irgendwie auch mal nicht irgendwie abfällig zu gucken, wenn halt ein bis zwei Kilo zugenommen wurden und da sehe ich Mao definitiv im Vorteil an dieser Stelle. Jürgen? Ich glaube, die westliche Welt ist nicht reif von Mao mit kleinen Schneidernadeln in den Ärmel gestochen zu werden, das sehe ich einfach nicht. Ich glaube, da braucht es eine einfühlsame Frau an der Stelle, die auch einen gewissen eigenen Stil hat und da auch ein Auge für und auch die Leute beraten kann. Mao ist eher der Typ, ich habe 18 Mal den gleichen Anzug im Schrank, da muss ich mich nicht fragen, was ich morgen anziehe. Bei Elisabeth ist es doch sehr anders. 18 Mal. Was für ein schönes Argument. Das ist deine Meinung, Jürgen. Das ist deine Meinung. Entscheide ich mich hier tatsächlich als Argument für Elisabeth die Zweite, die damit auf den dritten Platz unserer Finalrunde kommt. Die Zweite. Mensch, jetzt bin ich selber ganz verwirrt. Elisabeth, die Erste natürlich. Meine Güte, irgendwann klappt es noch. Er will mir die noch unterjubeln, ich sehe es schon. Aber wir haben unser Finale nun zwischen Friedrich dem Zweiten und Montezuma in folgende Kategorie. Wer wäre der bessere Gast im Podcast in einer Spezialstaffel von Das Ach? Und vielen Dank auch für die Einreichung von den ganzen lustigen Kategorien an der Stelle. Bevor wir jetzt das beantworten, bevor wir das jetzt beantworten, es sind tatsächlich jetzt noch Leute da, die zuhören. Ich kann mal nachgucken, wie es gerade aussieht. Es schwankt ab und zu jetzt gerade. Weiß jetzt quasi das Live-Publikum und nicht ob dann quasi von den Zuhörenden wieder aufnommen. Es hören theoretisch zwei oder drei Leute zu. Das wäre ja natürlich cool, wenn die irgendwie einen Weg fänden, dann eine Entscheidung zu treffen vielleicht. Das stimmt natürlich. Aber wir brauchen erstmal die Argumente. Ja, aber das möchte ich gerne vorab klären, dass die auch genug Zeit haben, sich vorzubereiten, Tastatur wieder bei Plutus mit dem Rechner zu verbinden und dann auch wirklich ihre Wahl abzugeben. Also falls jemand bei uns im Chat auf der Achterrasse gerade zuhört, dann schreibt doch jetzt mal einfach irgendwas in den Chat rein und dann kann die Person, also falls bis zum Ende der Argumentation, wir sehen, dass da jemand gerade schreibt, dann können wir da drauf eingehen. Und allein die Tatsache, dass ich jetzt noch weiß, dass einer von den beiden der alte Fritz ist und den anderen vergessen habe, kann es eigentlich nur der alte Fritz sein, der einfach einen besseren Eindruck hinterlässt, einen nachhaltigeren Eindruck. Man merkt sich den, der hat viele Geschichten, der ist glaube ich uns und unserem Humor sehr viel näher als die andere Person, die einfach so unwichtig ist, dass sie sich noch nicht einmal in mein Kurzzeitgedächtnis schleichen kann. Dominik? Was würdest du zur Begegnung Friedrich dem Zweiten gegen Montezuma machen? Dominik ist jetzt froh, dass du den Namen nochmal gesagt hast. Ich habe es mir gedacht. Oh Mann, ich habe mich selbst in meinem Leben so überführt gefühlt. Du würdest einfach sagen können zu, nee, nee, ich wusste das schon. Nee, ich own das jetzt. Sehr gut, sehr gut. Do it. Ich liebe das. Nein, aber es ist tatsächlich so, ich habe es bisher nicht gewusst, aber Montezuma ist tatsächlich jemand, den ich einfach in jede mögliche Situation, wie zum Beispiel auch als derjenige, den ich quasi zum Antworten, was war die Frage nochmal? Wer wäre die bessere Person, um eine Sonderstaffel von Ach aufzunehmen, also der bessere Podcast-Gast für uns? Oh Gott, ich glaube, es wäre Montezuma, aber so viel Scheiße kann man gar nicht laden. Wie wir hier gerade verzapfen. Nee, ich habe, du Philipp, ich habe echt keine Ahnung, was ich da sagen soll. Das ist wirklich, was hat denn Montezuma mit einer Ach-Staffel zu tun? Was hat Montezuma eigentlich je für uns getan? Was hat Montezuma eigentlich je für uns getan? Ich habe echt nicht die kriegste Ahnung. Und ich möchte an dieser Stelle einfach mal das Code-Wort Butterblume sagen. Das Code-Wort Butterblume ist sehr schön. Nee, ich habe echt, also, es tut mir leid, es ist auch fortgeschrittene Stunde und ich habe einen harten Tag auf der Arbeit hinter mir. Ich habe wirklich nicht die kriegste Ahnung, was Montezuma in einer Ach-Folge machen wird. Aber es ist schon auch echt, es ist echt eine ganz besondere, es ist eine ganz besondere Magie, wenn während einer Postcarders-Aufnahme wir so einen Zusammenbruch quasi erleben. Vor allem, ich möchte nur eines bemerken, zu anderen Zeitpunkten haben wir um die Zeit erst, ich sage mal, eine Viertelstunde geredet. Es ist gerade, es ist noch nicht mal halb neun, aber ich kann total verstehen, wenn der Tag lang war und die Konzentration dann einfach ein bisschen sind wir mal ehrlich, ich wüsste auch ausgeschlafen nicht, was Montezuma bei einer Ach-Folge macht. Also, da muss man ja tatsächlich einfach kompletten Bullshit labern, wie ich es jetzt schon ein paar Mal getan habe. Wie wüsstest du denn, was der alte Fritz machen würde in einer Podcast-Folge von uns? Auch das nicht. Ich glaube, das Problem an diesen Personen ist, dass ich halt einfach ganz viel, also mir fehlt halt ganz viel Wissen, also man hat halt zu all diesen Civilization Personen, im Gegensatz zu denen, die wir in bisherigen Folgen dieses Formats hatten, einfach keine Ahnung. Also wirklich, ich habe keine Ahnung, was den ausgezeichnet hat, was der gemacht hat. Ich habe ein grobes Verständnis, was der überhaupt tut, aber, und ich glaube, das macht es halt einfach unglaublich schwierig. Verstehe. Also ich glaube, um Dominik hier beizuspringen, allein die Sprachhürde wäre bei Montezuma ein Problem und daher bleibe ich bei meiner Antwort. Gut. Dann gehen wir eigentlich in einer Einigung, ganz harmonisch in das Finale und tragen damit Friedrich den Zweiten als Gewinner des Achtel-Finiales zum Thema Civilization 1 plus der eingeschmulten Cleopatra durch, sodass wir jetzt auf das Ranking kommen. Platz 1 Friedrich der Zweite, Platz 2 Montezuma und Platz 3 Elisabeth die Erste. Und es muss auch gar niemand jetzt mehr abstimmen und wir müssen uns nicht die Blöde geben, dass gar keiner mehr zuhört, der noch abstimmen würde. Voll gut. Aber es können ja auch Leute zum Beispiel über diese Studio-Link-App zuhören oder einfach Leute, die nicht auf der Achterrasse sind und so weiter und so fort. Von daher. Ja, wir müssen da irgendwie noch einen Weg finden, da ein bisschen, gerade am Ende noch ein bisschen Interaktion, irgendwie gerade das Finale. Vielleicht müsste man die Frage einfach dann offen lassen und die Folge beenden und dann bis zum nächsten Mal warten oder so. Tatsächlich auch für diejenigen, die hier nicht live zuhören, ich bin schwer dafür, dass wir wirklich dieses Format mal live aufnehmen. Das wäre so schön. Ich habe tatsächlich, also ich fand es in der Vergangenheit echt bis vorhin sehr witzig und ich habe auch heute, wie ihr gemerkt habt, herzlich gelacht, aber ich habe selten in meinem Leben so das Gefühl gehabt, dass ich nicht die geringste Ahnung habe, was ich jetzt argumentieren soll, weil ich einfach keinen Plan habe. Und das macht es natürlich dann ein bisschen schwieriger. Und deine Kategorien sind ja sowas von geil, Philipp. Das muss ich dir auch mal positiv zurückspielen und ich finde es fast schade, dass ich dann echt einfach so doof dastehe und das würde, glaube ich, helfen, wenn man ein bisschen sich in einer Gruppe kurz berät und dann quasi eine Gemeinschaftsargumentation vorbringt, weil so spontan bringe ich da schnell nichts. Verstehe, verstehe. Aber das können wir für die nächsten Male mitnehmen. Auch können wir mitnehmen, für alle, die es jetzt natürlich hier ein bisschen mitgehört haben, wir haben heute das erste Mal versucht, mal eine Bonusfolge live mitzustreamen. Das heißt, wir hatten jetzt zur höchsten Zeit, ja, jetzt haben wir gerade vier Zuhörende, die jetzt hier direkt live mitgehört haben. Das haben wir jetzt nicht groß irgendwo angekündigt oder ähnliches, sondern ganz spontan gemacht. Vielleicht machen wir das in der Zukunft auch nochmal. Vielleicht gibt es auch demnächst mal was live. Wir gucken, was die Zukunft bringt. Ich freue auf jeden Fall drauf. Cool. Dankeschön. Und was soll ich sagen, außer Tschüss und Gute Nacht, Josch. Gute Nacht. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.